Die 4 P's haben wir uns schon angeschaut. Jetzt geht es konkret um das P für Product. Es gibt diverse Fragen, die man sich beim eigenen Produkt stellen muss. Was ist der Nutzen meines Produktes? Hier kann wieder eine Unterteilung vorgenommen werden. Grundnutzen, Zusatznutzen und Nebennutzen. Schauen wir uns die Aufteilung anhand eines Beispiels an. Nehmen wir das Smartphone. Was ist dessen Grundnutzen? Telefonieren, Nachrichten schreiben, Fotos machen und möglicherweise noch Musik hören. Oftmals entscheidet ihr euch aber nicht nur wegen des Grundnutzens für ein Produkt. Zusatznutzen ist beispielsweise die Marke, die Verarbeitung, die Qualität und das Design. Das sind also alles Eigenschaften, die ein Produkt aufwerten. Nebennutzen ist das, was passiert, nachdem ihr ein Produkt gekauft habt. Möglicherweise habt ihr einen technischen Support für das Smartphone oder ihr bekommt es installiert. Es könnte auch sein, dass ihr die Garantie kostenlos verlängern könnt, indem ihr euch online registriert. Nebennutzen sind also oftmals Dienstleistungen, die nebenher zum Produkt dazugehören. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie sieht die Qualität meines Produktes aus? In jeder Branche und bei jedem Produkt kann Qualität etwas anderes bedeuten. Beispielsweise wird die Qualität von einem Fahrradhelm daran gemessen, wie gut es die Person schützt. Bei einem Smartphone ist die Qualität die Verarbeitung und Performance. Und bei Schmuck ist das Material und die Präzision entscheidend. Wichtig ist, dass ihr erkennt, was den Leuten bei euch wichtig ist und ihr genau darauf eingeht. Nächste Frage. Wie verpacke ich mein Produkt? Eine Verpackung hat zwei Funktionen. Die Produkte zu schützen. Damit gemeint sind Schläge bei Transport, aber auch die Hygiene und die Haltbarkeit bei Produkten zu gewährleisten. Der zweite Grund ist der des Marketings. Es soll die Kunden ansprechen, ihnen Informationen geben und sich so öfter verkaufen. Kommen wir zur letzten Frage. Wie betreibe ich Branding? Branding ist der Aufbau einer Marke. Das ist meistens ein langer Prozess und kann auch kostenspielig werden. Wenn das aber geschafft ist, habt ihr einen riesen Vorteil. Es entsteht eine Branding Recognition, also ein Wiedererkennungswert. Die Marke Kinder bei Schokolade hat den Vorteil, dass wenn sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, direkt viele Leute bzw. Kinder erreicht, da die Marke so bekannt ist. Gutes Beispiel sind die neu eingeführten Eissorten. Richtig erreicht haben es Marken, die gleichzeitig der Produktname sind. Nutella Wer sagt schon immer Nuss-Nougat-Creme? Post-it Habt ihr je jemanden Klebezettel sagen hören? Also ich nicht. Jetzt kommt der Hammer. Streuwürze Schon mal gehört? Nicht? Okay. Das ist schlicht und einfach Aromat. Richtig genial. Oder? Jetzt wisst ihr die wichtigsten Fragen, die ihr euch im Bereich des Produktes stellen müsst.